Der muss sterben bevor er sich ausspuckt. Hi, hallo, willkommen zurück. Leider ist mir das Spiel gestern abgeschmiert, oder bei der letzten Aufnahme abgeschmiert. Deswegen muss ich den Anfang jetzt leider noch einmal spielen. Tut mir leid, dafür war die letzte Folge auch ein bisschen länger als 20 Minuten, wie ich es eigentlich gewollt habe. Aber das ist ja nicht so tragisch. Machen wir es einfach noch einmal. Scheiße. Scheiße. Okay. Mist. Der Kontrollraum ist abgeriegelt. Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf. Hättest du abwechselnd nicht mal einfach sein können? Nein, das geht einfach nicht. Ich glaube, dass ich das Ganze noch ertrage. Einfach wäre es auch zu einfach. Und das ist ja ein Spiel, wo ich gruseln soll. Gut, es gab schon ordentliche Schockmomente. Aber es könnte ein bisschen mehr Schocker sein. Ja gut. Sensoren finden, Sender bringen, Schlüssel, Baudeck. Und dann geht's rund. Dann machen wir den Schwachsinn hier. Das heißt, wir zwei Energieknoten, das kann ich meine Waffen besser aufrüsten wieder. Mein Cutter, den gebe ich mir so den Cutter. Und dann geht's mit dem Au ab wie Schmitz-Katze. Da ist wieder was. Ah, das ist eine Wack-Bange. Oh, wenn wir gerade vom Teufel sprechen, dann rüsten wir hier mal auf. Version 4 sogar schon. Ich sehe hier, ist ja ein Plasma-Cutter. So, was machen wir? Wir haben ja drei Punkte. Dann machen wir Nachladegeschwindigkeit. Dann machen wir die Kapazitären oder das Tempo. Machen wir das Tempo auch voll. Und danach den Schaden, wenn ich den nächsten habe. Dann kann ich jetzt schneller schießen und mehr Schaden machen. Ist schon ordentlich Wumms dann, wenn ich genug Munition habe, was ich momentan leider nicht habe, oder? Nein. Nein. Dafür habe ich jetzt fleißig Geld. Und dann passt das schon. Ich weiß gar nicht, was hier ist eingesammelt. Egal. Da ist ein Speicherpunkt, den brauchen wir jetzt noch nicht, weil ich ja erst gerade angefangen habe. Plasma-Energie, das ist gut. Nein, das braucht es auch noch nicht. Oh, da kann man wieder kaufen. Da kaufen wir auch noch gleich ein, wenn wir hier schon da sind. Hm, so, das verkaufe ich jetzt erst mal. Medikit Klein. So, Lift-Kanonistoren, also pack Plasma. Plasma-Pupil-Energie. Das ist eine Energie-Kanone. Ach, boah. Ach so, Munition. Das kann ich verkaufen. Das ist momentan ja ähnlich. Das habe ich deshalb gedacht, das brauche ich auch nicht. So, jetzt kaufen wir hier eher Plasma-Energie. Nein, ich habe zu viel gekauft. Fuck. Egal. Ich behalte mir das jetzt mal so. Das passt auch so. Und dann können wir hier weiter Aufzug rufen. Aber ich gehe mal ein Stück zurück. Weil da irgendwas drauf liegt. Lieber mal tot machen. Und aus einem Grund ist das Schürf unterwegs offline-Eisweg. Ich werde versuchen, das System zu überbrücken. Wo müssen Sie denn hin? Und gehen wir halt bei den Lieferarbeitung. Ich wollte es bei Ihnen noch richtig blöd, aber... Was? Was war das denn? Egal, mehr Schnitzeln ist weg. Müssen wir es weg schnitzeln. Ich werde nicht lange gefragt. Ich werde einfach mal neigewandeln und so. Oh Gott. Alter, wie lange fahr ich denn hier? Alter. Ich hasse offene Vorstelle. Habe ich ja schon mal gesagt? Ich habe Elisabeth gefunden, aber in dieser gottverdammten Bucht ist nicht ein einziger raumtauglicher Flieger. Wir müssen einen Sender finden. Es muss hier irgendwo einer sein. So, bis zu. So, bis zu. So, bis zu. Mehr Munition. Der muss schnell an, bevor er sich ausspuckt. Oh, zu spät. Da kommen sie schon. So, jetzt muss ich erst mal nachladen. Da muss ich nachklagegefälligkeit noch ein bisschen hochpumpen. So. Was ist das? Sind jetzt alle glücklich. Alle tot. Dann ist hier gut. Okay, wie war es richtig? Oh ja. Sogar mal ne richtige Richtung gelaufen. Das gibt es ja gar nicht. Gibt es gar nicht. Gibt es hier gar nicht. So, mal speichern. Nein. Lass ihn mal mutig. Wir speichern nicht. Wenn wir mal mutig sind. Ich muss auch safe bringen. Das hört sich nicht nett an. Weg, die Sau. So. Plasma-Kater nehmen. Blockbuch, das ist ab. Bau, Decks, Kreuz, Köln. Blablabla, 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 blablabla. Und weg. Das ist nur der Shop. Was soll ich denn jetzt so? Mentalmäßig? Mir wird ein Haufen Schweißdreck dabei. Ich könnte mir ein Ding, ich könnte es verkaufen und mir Chips kaufen. Zum upgraden. Komm schon, so. Das brauche ich noch, Energie, Brass-Fark-Kater, das brauche ich auch noch. Wo ist denn das? Das brauche ich nicht. So, hier noch. Das brauche ich auch nicht. So, kann ich mir jetzt den Ding kaufen? Energie-Knoten. Passt, dann kann ich mir jetzt meine Waffe wieder upgraden, falls ich mal wieder ein Ding finde. Jetzt laufen wir hier mal durch, wir spinnt. Gut, oder auch nicht. Ah ja, da schreibt mir doch was zu sein. Eintritt, Schwerelosigkeit. Die Tür zur Weiterverarbeitung hat eine Notfallsicherung. Sie wird sich nicht öffnen lassen, bis die Schwerkraft wiederhergestellt ist. Okay. Kannst du aber nicht, bis diese Steinbrocken daraus sind. Vielleicht kannst du sie mit deiner Chineserasse in den Schwerkraftstrahl befördern. Betrieben des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Führung dann. Oh ja. Ein Heistern. Na, alle weggemacht. Mhm. Oh. So. Kann ja gar nichts, der Typ. Aber irgendwie schwirrt man so viel Scheißdreck, ist halt durch die Gegend. So, erstmal einen weg. Kann ich den Däri anziehen? Ah, geiler Scheiß. Scheiße. Warum krieg ich dich nicht? Ist du zu weit weg? Ah, komm da, ja. Ist noch mehr Brocken? Also oben ist noch einer. Erstmal wegrennen, ne? Wo ist er? Ah, das sind die kleinen Schreier. Oh, die schlucken hier nur ein bisschen was. Kleine Schreier ist er da. Boah. Geiler ist gewesen, wenn die einen erschlagen. Bam. Und, tschüss. Zack. Ja, was ich ja gern machen. Geht aber nicht. Geht auch. Anderwerken, dann kriege ich den Dreh raus mit dem Schwerkraftding. Jetzt machen wir erstmal die Schwerkraft wieder rein. Ah, so. Ja, machen wir halt Knoten rein. Jetzt gehen wir erstmal hier rein, ne? Jetzt haben wir hier ein bisschen Stuff ein. Dann können wir hier draußen fluchen und murren, wie sie wollen. Was habe ich denn eingeslammelt? Ob sich das gelohnt hat. Das sehen Sie mal bei Ihnen der nächsten Folge. Nein, aber was. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Noch haben wir Gegner. Oh, fuck. Fuck. Wie kam der jetzt da rein? Alter. Alter, jetzt. Ist da. Hier. Boah. Alter, wie kam der so schnell da rein? Alter, Mann. Ach so, die sind jetzt. Keine Ahnung, wie sie reinkommen. Der packt sich der 3-1-8 gerade fest. Was? Wo kommen die ganzen Gegner? Oh, fuck. Oh, oh. Kein. Ich wollte die Blicken da wegmachen. Ne, machen nämlich am meisten Damage. Puh, sie wollten es jetzt aber auch hart 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 hart. Nö, so ist es friedlich. Da was, nehmen wir noch so ein kleines, äh, was da ist das Ding hier. Puh, fuck off, Mann. Damn it. Ah, ich bin richtig, Gott. Dann passt es ja. Energie, Energie ist immer gut. Sind wir hier? Oh, die Schlüsselkarte. Das muss der Schlüssel sein, eigentlich. Damit kommst du in den Kontrollraum und kannst den Asteroiden abfeuern. Vergeht aber nicht den Sender vorher anzubringen. Aber es muss nur noch ein, äh, wie schön. Alles schien anzufangen, als wir den Marker auf dem Planeten holten. Heißt Gott, wie lange der schon da unten war. Nicht lange genug. Habe ich das Gefühl. Ne, aber der Tipp von Dingo war echt geil. Von Jum, Boris? Boris, glaube ich. Mit den, ähm, mit den Waffen, dass man nur zwei Waffen mit sich trägt, dass man dann viel mehr Munition bekommt. Ja, Gott. Oder auch nicht gut. Nein. Das bringt nichts. Aber irgendwas war jetzt da hinten dran. Was mir bestimmt nicht gefallen wird. Ja, Gott, das werden muss ich. So, jetzt darf ich mal wieder speichern, oder? Ja, jetzt speichern wir. Jetzt haben wir mal ein bisschen was gekämpft. Das kann man ja wieder speichern. Ja, recyceln jetzt immer wieder. So, weg die Sau. Hehehe, aber was ich jetzt Munition kriege. Ah, wie geil. Wie geil. Ist man hier noch? Ja, ich muss jetzt ein anderer Stockwerk fahren. Mit dem tollen Fahrstuhl, wo sie mich wieder alle abficken werden. Bibel Lappen ist online. Okay, mal jetzt in den Wartung. Bibel Lappen ist offline. Aber hallo, liebe Lappen. Schön, dass du da warst. Aber hallo, liebe Lappen, schön, dass du da warst. Aber hallo, liebe Lappen, schön, dass du da warst. Ich habe auch ganz viele sagen. So, wie will 접종 denn hier? Und hallo, liebe Lappen Schiff,